Okay, Freunde, ich dachte, diese Challenge wäre absolut unmöglich, aber Freunde, wir haben es gemacht und zwar komplett einen ganzen Tag Apex Legends ohne auszurasten. Ich habe euch hier einfach mal zwei richtig geile Gameplays reingeballert. Bei dem einen Gameplay sind wir komplett durch die Lobby rasiert und bei dem anderen Gameplay, Freunde, wir haben einfach die Triple Take genommen und haben on-stream probiert, die 4K-Batch zu machen. Und ich sage mal so, das Ende, ich musste mich wirklich, ich musste mich wirklich krass zusammenreißen, nicht auszurasten. Aber Freunde, guckt euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Und wer Bock auf Livestreams hat, Leute, ich bin gerade Diamant 1, ich bin kurz vor Master. Das heißt, also schaltet gerne rein, ich bin fast jeden Tag live, Freunde. Unten ist der Twitch-Channel verlinkt, ich halte die Schnauze. Ich wünsche euch richtig viel Spaß bei diesem Video. Oh, hoppala. Ja, wir sind zu zweit und lila. Äh, okay, wir sind zu dritt. Ich bin tot wahrscheinlich. Komm mal, gib mir mal das hier her. Crack the Pathfinder. Freunde, wir machen heute noch mal eine indirekte Apex-Challenge. Egal was ist, ich werde heute nicht ausschlippen. Hä? Ähm, ähm, ähm. Ja, also egal was heute passiert, Leute, ich werde mich probier... Na komm, na komm, großer. Du hattest alle Vorteile der Welt und hast es verkackt. I could need some, äh, heavy ammo. Fuck. Äh, you got some heavy ammo boys? Heavy? The green one? Knock the ray, äh, no, 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 here? Äh, what, what is her name? Äh, Watson, I think. Ah, ihm ist aber auch wieder onfliege. Guck mal, der letzte Schuss, der letzte Schuss sackt! Und ich habe den letzten Schuss getroffen. Kann mir keiner... He is one, he is one. Yeah, yeah, dude, I have no ammunition. I am not even kidding. Yeah, he was one. He was one. You were right. We got this, we got this, we got this. Ja, es sind doch mehrere Teams hier in der Nähe. Guck mal, hier rechts ist auch noch ein Team irgendwo. Careful boys, two teams. Guck mal, ob wir jemand hier weglasern können von hinten. I got, I got the lifeline down. Yeah, I know, I know. Here in front of me, 140, 140 on, on, what is it called? What is the dog thing? You know, the injection guy. Okay, I got him down. Injection guy, diga. Bruder, ich spiel dieses Spiel, ich spiel dieses Spiel schon seit drei Jahren. Man vergisst einfach die Namen. Oh, well played. Oh my God, there's one knocked. Oh, der Laser, Freunde. Guck nicht jetzt. Alter, ich bin auf sieben Kills. Das habe ich gar nicht bemerkt. Das habe ich, ich habe es wirklich, literally, überhaupt nicht bemerkt, dass ich auf so viele Kills bin. Wo ist denn der Blatthahn gerade? Ich glaube, der war nicht auf K. Guck mal, wie die reinhittet, Alter. Boys, you need to shoot them, please. I cracked almost both of them. Aber ihr müsst ein bisschen was machen, Jungs. Ich brauche leider echt ein bisschen Hilfe von euch. Nur ein bisschen was. Das ist gar nicht, gar nicht viel mehr. Okay, von denen kommt gar kein Schaden. Schön, Leute. Geht doch. Ach, Kills? Ich bin nicht Killspitzenreiter. Ein richtiges Ausdauerspiel. So, wer trifft mehr? Wer hat mehr Heels? Aber die haben schon aufgehört zu schießen. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Oha, gut getraded. Da würde ich ganz gerne die Tür tatsächlich auch bekommen. Zack. Okay, Arxer is there. The door will bang. Wir haben hier echt eine geile Position tatsächlich. Ich würde sie eigentlich auch gerne ein bisschen pushen, aber da bin ich alleine, offenes Feld. Das ist dumm. Wir haben hier voll die Zone. Wir haben hier extrem die Zone, Alter. Perfect, Boys. Good job. Ich weiß nicht genau, was ihre Mission da war, aber... I'm pushing with you, I'm pushing with you. Just behind you. Aber der trifft gar nichts. Woo, Boys. That is how you carry. Und zwar ohne Ausrasten, ohne alles. Dass die Ashe da reingepusht ist, habe ich vorne und hinten nicht verstanden. Da haben die beiden gut reagiert. Haben sie schön gemacht. Ja, das hat uns halt den Komplett-Win gesaved tatsächlich. Think Hill, 2,8 Schaden. Läuft, läuft, läuft. One is very low. Oh my god. Again, very low. Very low. Oh, öh. Also, ich nehme ja alles an, Leute. Aber der zweite Schuss, gerade auf den 4, glaube ich, der war zu 100% getroffen. Spielen wir jetzt hier Triple Take, oder was? You guys get some, got some Energy Ammo, Boys? Thank you. Oh my god, knock two. Oh, der Headshot pops. Sollen wir ein bisschen auf Spaß? Ein bisschen auf Spaß Triple Take spielen? Thank you. And Light Ammo. You got some Light Ammo, maybe? Oh, careful. They're here, they're here. Ja, bin ich im Arsch, Leute. Soll ich jetzt machen. Knock one, knock one. I'm knock one, Boys. Daddy is coming. Oh, der war gestealed. Der war gestealed. Wollen wir die 4K-Batch probieren? Wir könnten die 4K-Batch probieren, Leute. Wer hat die gerade geschossen? Careful, Boys. Careful, Boys. They're pushing. They're pushing. Gibraltar ist extrem hoch. habe ich gerade einen upgrade bekommen geist der running way oder denn ich wusste ich wusste ich wusste ich wusste hey hey gg er war der bessere spieler er hat gekämpft er war der bessere spieler gg's wir regen uns natürlich nicht auf das passiert das wird nicht klappen you got your ultimate bangalore thank you thank you thank you i'm phoenixing i'm phoenixing try to cover please come back come back come back come back naja er war einfach der bessere spieler ich sehe leider natürlich shit ah guck mal der war lecker kräfte kräfte gebräuter du kleiner guter spieler ihr seid alles so talentiert die junge spieler hat und gibt sind so freunde wir regen uns natürlich nicht auf das sind einfach nur gute spieler das ist ja nur ein Mann gesehen so far crack den crack den boys 63 63 48 42 i cracked both of them i cracked the see oh my god meine munition war leer leute warum bin ich eigentlich so ein eumel He is very low oh my god he is not here I need to heal boys I got no shield batteries careful come back come back a little bit come back a little bit boys yeah they are coming I see them I see them but come to me come to me you are not in the zone bro you are not in the zone I have never played so ekeg like just right now 40 that is very low knockt 63 knockt she has nothing oh no yeah perfect you knocked him good job good job dude push 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 yeah guys good job I cracked the lifeline there I cracked the lifeline one is pushing up crack the ash crack the ash die klingen die kassieren aber auch ordentlich ne 3000 schaden leute jetzt haben wir 3000 schaden wo werden wir denn beschossen wo kommt der denn her schade 3396 schaden ist blöd dass die einige alleine war dann kam die rein hey gg dies waren wohl die besseren spieler weil die haben halt nichts gemacht und sind dann einfach zum richtigen zeit reingegangen und wir regen uns nicht auf wir haben gerade die kommen wir hätten easy 4000 schaden gehabt gg boys gg's very play very well played 3900 schaden hey aber das wie gesagt das waren die besseren spieler ggs